Ja, wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin Gernwart, ich komme aus dem Mittelalter. Welche Vorsätze haben Sie für das neue Jahr? Tja, Gesundheit! Oh, ähm, ich möchte mich gegenüber meinen Kindern und meinen Mitmenschen gut benehmen. Ja? Schönen guten Tag, darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Ich bin Gernwart, ich komme aus dem Mittelalter. Welche Vorsätze haben Sie für das neue Jahr? Ich Vorsätze für das neue Jahr. Gesundheit, 20 Kilo abnehmen und Gesundheit und Familie, Sicherheit im Job, das reicht. Oh, das ist was, stabile politische Verhältnisse kriegen. Arbeit und Leben miteinander in Einklang zu bringen. Also bei so vielen guten Vorsätzen, die die Leute hier gesagt haben und bei dem schlechten Wetter, dann muss ich dem Filmteam mal so eine Tinktur spendieren, die wir im Mittelalter schon sehr geschätzt haben. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann! Sks Dursch Untertitelung des ZDF, 2020